Hallo, in diesem Video sehen wir uns an, wie wir die Schweiz und Deutschland bzw. die Nationalität Schweizer und Deutscher verwenden. Zuerst die Sätze. Er ist ... sie ist ... Sie kommen aus ... und sprechen ... Er ist ... sie ist ... Sie kommen aus ... und sprechen. Beginnen wir mit der Schweiz. Er ist Schweizer. Sie ist Schweizerin. Sie kommen aus der Schweiz. Sie kommen aus ... und sprechen Deutsch. Er ist Schweizer. Sie ist Schweizerin. Sie kommen aus der Schweiz und sprechen Deutsch. Und jetzt zu Deutschland. Er ist Deutscher. Sie ist Deutsche. Sie kommen aus ... Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung. Ich hoffe, dass wir noch weitere Rundungenilightimen zu müssen. Irschall. frostboarding, dich zu Beginn. 10 Sekunden bis hin 얼� Und dann ... fest. Es gibt. 11 Sekunden. Wir hören. �에 die Arbeit. руки. según haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.